Sehr geehrter Herr Kollege, mal abgesehen davon, dass der Begriff Ghetto im Kontext stadtplanerischer Debatten durchaus für segregierte, abgeschlossene, homogene Wohngebiete gilt und benutzt wird. Das sollten Sie sich mal vergegenwärtigen. So ist es. Und wenn 7000 Leute zusammen, was fehlt eigentlich nur noch, dass sie einen Zaun rummachen, auf engstem Raum unter übelsten Bedingungen leben müssen, dann ist es genau das, die Ghettoisierung von Menschen. Und damit setzen wir uns kritisch auseinander. Sie müssen nicht bellen. Ich meine, das ist ja nur ein deutliches Zeichen dafür, dass Sie offenbar getroffen fühlen. So. Am übrigen fand ich, lieber Herr Kollege, Ihre Bemerkung in Bezug auf den Umgang mit dem vermeintlichen Tod eines Syrers gestern eine ziemliche Unverschämtheit. Applaus Dass dort gestern kein Mensch gestorben ist, ist die beste Nachricht des gestrigen Tages. Applaus Dass ein Helfer derartige Behauptungen in die Welt gesetzt hat, ist tragisch und absolut nicht akzeptabel. Und es wird den Helferinnen und Helfern vor Ort am meisten wehtun, die sich jetzt kollektiv diskreditiert sehen. Mein Dank gilt an viele Kolleginnen und Kollegen hier aus diesem Haus, dass sie genau nicht reflexhaft reagiert haben, sondern besonnen und auf Bestätigung gewartet haben. Sie werden aus meiner Fraktion keine Pressemitteilung, keine Äußerung finden, die diesen Vorgang kommentiert. Und wer hier etwas anderes behauptet, benimmt sich unverschämt. Applaus Und wenn Herr Henkel heute die Helferinnen und Helfer von Moabit hilft angreift und als mies und perfide bezeichnet, dann finde ich das bodenlos. Das finde ich wirklich absolut bodenlos. Denn was, was bitteschön, Herr Henkel, haben Sie eigentlich getan, um vor dem Lageso eine Situation zu schaffen, die absolut ausschließt, dass so etwas jemals passieren könnte? Was haben Sie dafür eigentlich getan? Ich zitiere, ich zitiere, ich zitiere aus dem Tagesspiegel, es ist bezeichnend für die aufgeregte zu feilen hysterische Zeit, vor allem aber für die Zustände am Lageso, wie viele Menschen einen solchen geschriebenen Tod sofort für möglich gehalten haben. Menschen machen Fehler, überall. Über ihre Absichten, ihre Motive sagt das nichts. Dass so viele Menschen so etwas für möglich gehalten haben, sagt aber einiges über das Handeln und über die Ergebnisse des Handelns des Senats in der Flüchtlingsfrage aus. Herr Evers, bitteschön. Lieber Kollege Lederer, ich muss mich ein Stück weit korrigieren. Ich habe eben zu Anfang gesagt, der Tiefpunkt des Umgangs mit diesem Thema war für mich gestern erreicht und mich hat erstaunt, wie zivil es am Anfang der Debatte hier zu ging von Ihrer Seite. Ich korrigiere mich, Sie haben jetzt noch eins draufgesetzt. Das nehme ich aber gerne zum Anlass. Das nehme ich aber gerne zum Anlass. Das nehme ich gerne zum Anlass, noch einmal klarzustellen. Es hat sehr wohl eine Reihe von Äußerungen gegeben, eine Reihe von Kollegen, die an keinem Mikrofon vorbeigehen konnten und Sie sofort die Gelegenheit genutzt haben, die Parolen, die ich zitiert habe, die waren ja nicht erfunden, die habe ich zitiert, diese zitierten Parolen in die Welt zu setzen. Schauen Sie im Tagesspiegel, was Frau Popp gesagt hat. Schauen Sie bei Twitter und anderen Kanälen, was Herr Lauer und andere gesagt haben. Lesen bildet dann auch mal. Und dass Frank Henkel nicht auf die ehrenamtlichen Täter gezielt hat, als er gesagt hat, es ist eine miese und perfide Nummer, die hier stattgefunden hat, sondern auf denjenigen, der sie in die Welt gesetzt hat, dass wir derjenige, der es gelesen hat, auch nachvollzogen haben. Aber auch hier gilt, das haben Sie offensichtlich nicht getan. Ganz ausdrücklich nehme ich auch die ehrenamtlichen Helfer davor in Schutz, jetzt unter einem Generalverdacht gestellt zu werden, hinsichtlich jeder ihrer kritischen Äußerungen, dass sie nur frei erfunden seien. Nein, mitnichten. Vor allem den Helfern hat derjenige einen Bärendienst erwiesen, der das in die Welt gesetzt hat. Aber die Art und Weise, wie viele der Kollegen hier der Versuchung erlegen sind, das politisch zu instrumentalisieren für einseitige Propaganda und eine Attacke auf diesen Senat in Gänze und Mario Czaja im Besondere, das ist schlicht und unanständig. Das ist ein Tiefpunkt, wie wir ihn noch nicht erlebt haben. Und das ist genauso, genauso miese und perfide, wie es von demjenigen ist, der die Geschichte in die Welt gesetzt hat. Und zum Thema Ghettos. Auch hier gilt, lassen Sie vielleicht mal Ihre Kollegen sprechen, die was mit Stadtplanung zu tun haben und im entsprechenden Ausschuss auch mitdiskutiert haben über Wochen. Wir reden hier nicht von einem Wohngebiet in Tempelhof. Hier wohnt niemand. Wir reden von einer Notunterkunft. Wir reden davon, dass hier Menschen im Idealfall nur wenige Nächte untergebracht sind. Richtig ist, im Moment sind Menschen dort viel zu lange. Hunderte werden demnächst Tempelhof verlassen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und wir werden erst recht, wenn wir zusätzliche Kapazitäten haben, dahin kommen, dass wir diesen Umschlag erreichen und Menschen nicht länger als zwingend erforderlich in Tempelhof bleiben müssen. Dadurch entsteht kein Wohngebiet, dadurch entsteht kein Ghetto, wie Sie es hier anführen, sondern dadurch entsteht ein Ort des Ankommens und der Weiterverteilung, in dem auch viele Verfahrensschritte schon so konzentriert und vollzogen werden können, dass auch das zu einer Verbesserung der aktuellen Verwaltungs- und Bearbeitungssituation beitragen wird. All das kann und das wird Tempelhof an dieser Stelle leisten. Deshalb und nur deshalb gehen wir auch den Schritt, das Tempelhof-Gesetz zu ändern. Wenn wir all das nicht sehen, dann können Sie sicher sein, dass wir uns diese öffentliche Debatte auch gerne geschenkt hätten und das Gesetz unangetastet gelassen hätten. Wäre uns allen der liebere Weg gewesen. Das wäre der leichtere Weg gewesen. Ich würde auch gerne da sitzen und einfach nur laut herumschreien. Aber ich trage Verantwortung in dieser Stadt. Und das, wie Sie sich hier verhalten, ist ein Beweis dafür, Sie sollten diese Verantwortung in der Stadt auf gar keinen Fall übernehmen. Und daran werden wir in den kommenden Monaten weiter arbeiten. Danke.